Guten Morgen! Seit zwei Wochen Krieg gegen die Ukraine. Und ich halte mich an jeden Hoffnungsschimmer, dass es doch Verhandlungen gibt, dass es doch wenigstens ein paar humanitäre Korridoren gab, um Menschen zu retten. Immer wieder Hoffnung auf Frieden. Und ich bete um Frieden. Und ich singe Friedenslieder heute. Herr, gib uns deinen Frieden. Das ist ein Kanon. Singt doch mit, wenn ihr mögt. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden. Gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Herr, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Seid behütet. Und hier kommt die Sonne für euch. Seit 1 bis 5 Stunden. Vielen Dank.